guten tag hier bin ich wieder du von uns zu klick heute wieder mit dem schönen gedicht von karl ettlinge aus dem palmerkate frankfurt das gedicht heißt liebesbrief viel spaß liebesbrief mein fräulein forschbar wald mein blut ich lieb sie heiß und bitter auch fräulein sein sie doch so gut und liebe sie mich bitte seitdem ich ihn aber blickt zu ich entsetzlich leide drei viertels bin ich schon verrückt ich hör es schon alle seite ich schlaf herum im größten schmutz tagtäglich und stundstündlich ach nur ein einzig rote wutz das sache ich ihnen mündlich auch schreiben sie mir doch ein brief sonst tut mein herzgebreche postlagernd unerwohnetiv bin ich für sie zu spreche treu werd ich sein o mademoiselle sobald mir zwei uns trafen ich schwörs lass ich gleich auf der stelle bei jetzig mädchen laufen liebesbrief so heißt das gedicht von karl ettlinge vorgetragen von wolfgang haus aus dem palmergarten frankfurt aus dem jahr 2011 aufgenommen von dem gerhard pauli von dem fotostudio amerikanplatz der auch videos macht wenn ihr ein feedback habt ob euch das alles gefällt und ob mir noch mehr bringen solle e mail oder messenger darüber würden wir uns freuen also bis zum nächsten gedicht auch von friedrich stolze bis dann tschüss stopp noch was wir haben nämlich auch die zwei sache von dem herrn stolze und von dem herrn ettlinger von wolfgang haus gesproche auf dvds die könnt ihr bekommen die dvd stolze beinhaltet 18 gedichte und die dvd ettlinge beinhaltet 20 gedichte jede dvd kostet 14 euro 50 plus versandkosten bei uns stu grafow amerikanplatz 8 könnt ihr die bestelle adresse seht ihr unten danke tschüss und 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 Untertitelung des ZDF, 2020